Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind also weltweit zu spüren, nicht nur in Russland. Nachdem Aktienindizes diese Woche zunächst einen Plus verzeichnen konnten, fielen heute viele Kurse wieder. Dahinter stecken vor allem Sorgen um drastisch steigende Energiekosten. Hinzu kommt die Ankündigung der russischen Regierung, nur noch Rubel als Zahlungsmittel für Gaslieferungen zu akzeptieren. Wie das ankommt, dazu Samir Ibrahim aus der Frankfurter Börse. Man hat es zur Kenntnis genommen. Es gab natürlich sofort eine Reaktion auf dem Devisenmarkt. Der Rubel ist dadurch kräftig gestärkt worden. Er ist gegen den US-Dollar um rund 15 Prozent angestiegen. Das ist auf dem Devisenmarkt ganz ordentlich. Beim russischen Rubel ist das eine etwas kleinere Dimension. Er ist von 0,008 Cent auf 0,01 Cent gestiegen. Also immer noch relativ wenig Wert. Aber eben die Reaktion ist sehr klar. Denn der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, wenn wir diese Kröte schlucken und eben weiterhin Öl und Gas von Russland beziehen wollen und das aber eben künftig in Rubel bezahlen müssen, dann müssen wir diese Rubel ja irgendwo herbekommen. Diese Währung haben europäische Banken in der Regel nicht wirklich einfach bei sich liegen. Das heißt, das muss also eingetauscht werden. Und wo tauscht man das ein? Bei der russischen Zentralbank, die man ja eigentlich lahmlegen wollte. Also das ist sozusagen dieser Effekt, der da in der ersten Sekunde dann auch gleich eingetreten ist. Auch der Gaspreis für europäisches Gas ist kräftig gestiegen um rund 30 Prozent in einer ersten Reaktion. Und auch da die gleiche Grundlage. Denn wenn wir eben diese Kröte nicht schlucken würden und auf russisches Gas verzichten, ja, dann müsste man es eben zu teureren Preisen auf den anderen Märkten einkaufen. Und deshalb dann eben auch diese Steigerung beim Gaspreis. Wie die europäischen Staaten da jetzt reagieren, das wird hier mit großer Spannung abgewartet. Welche Auswirkungen das dann nachher haben wird, bleibt eben leider noch abzuwarten. Am Aktienmarkt bleibt man deswegen auch weiter in Deckung. Der DAX ist heute noch einmal kräftig abgerutscht, nachdem er zuletzt ja einen Höhenflug nach dem anderen lebt hat. Der Schluss stand heute bei 14.284 Punkten, also 1,3 Prozent ging es runter, rund 190 Punkte. Die Situation bleibt eben angespannt und die Konjunkturdaten, die wir zuletzt hierher bekommen haben, waren auch nicht besonders erbaulich. Samir Ibrahim, vielen Dank.